Christian hat es vorhin so schön gesagt, wir sind stolz auf diese sehr unterschiedlichen Themen, die wir auf diesem alten Lebenslinien singen. Und genau aus diesem Grund werden wir beide jetzt nochmal über Männer und Frauen singen. Aber über Männer und Frauen, die mit ihren Kindern millionenfach fliehen vor Krieg, vor Terror und vor Zerstüren. Wir beide, wir machen die Augen nicht zu vor diesen lebensnahen Themen. Wir werden singen und zwar ganz weit die Welt hinaus für den Frieden unserer Zeit.